Da haben Sie genau den richtigen Therapiepfad beschritten, nämlich der Hauptgrund für Rückenschmerzen ist der Bewegungsmangel. Und wenn Sie sich jetzt aktiv bewegen und Ihre Muskulatur benutzen, dann trainieren Sie Ihren Rücken und der Rücken muss belastet werden, damit der Schmerz nachlässt. Das Wichtige grundsätzlich bei jeglichen Positionen ist der stetige Wechsel. Das heißt, es gibt keine die beste Position für ein Handy oder für ein Telefonat oder für einen Computer. Die beste Position ist immer die nächste, das heißt stetiger Positionswechsel entlastet. Der Weg ist eigentlich genau andersrum. Und zwar können die ersten drei Kopfgelenke, die haben ein Umschaltzentrum, der direkt neben dem Nervus Trigeminus liegt. Und wenn ich da Probleme habe, dann kann ich darüber einen Ohrensausen bekommen, einen Zahnschmerz bekommen und einen halbseitigen Gesichtsschmerz bekommen. Und das Problem liegt dann nicht in meinem Gesicht, sondern tatsächlich in den ersten drei Kopfgelenken. Das kann dann gut sein, ja. Das ist ja. Die neue Rolle ist nicht auf